Wenn ich Ihnen Schmerzen zufüge, wenn Sie mich zwingen, werden Sie die nächsten Tage, nicht nur heute, Tage, werden Sie Schmerzen beim Kauen haben und beim Schlucken. Dann bitte ich Sie jetzt, super zu gehen. Jetzt sofort, ansonsten werde ich Ihnen Schmerzen zufügen. Drei, zwei, eins, gut. Dann so. Die Polizei muss ja immer prüfen, was ist eigentlich das mildeste Mittel, um Ihr Ziel zu erreichen. Und gerade bei solchen friedlichen Sitzblockaden wird das Wegtragen in aller Regel das mildere Mittel sein und sind Schmerzgriffe daher aus rechtlicher Sicht kein probates Mittel.